Hi! Herzlich Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute zusammen mit Kelly. Amara Kedavra. Das ist das Wort zum Tag. Wir haben beide wieder Harry Potter Sachen an, beziehungsweise Gryffindor Sachen. Wäre schon lieber Hufflepuff eigentlich. Aber der Test sagt was anderes. Ich wurde, glaube ich, als Hufflepuff. Voll geil. Hufflepuff ist super. Nein, das sind die loyalsten. Ich schicke dir mal so ein Video, da redet J.K. Rowling über, warum Hufflepuffs das beste Haus ist und es macht total Sinn. Okay. Und seitdem will ich Hufflepuff sein. Aber man ist schon in welchem Haus man ist. Kann man sich nicht entscheiden. Das macht ja nur der Marc gut. Ich bin auf jeden Fall letztens über unser gemeinsames Video, wo wir ein Harry Potter Quiz gemacht haben gestolpert. Und dachte mir, wir müssen noch mal irgendwas mit Harry Potter machen. Und dann habe ich, glaube ich, bei Amazon einfach Harry Potter eingegeben. Und dann kam so eine Box mit Süßigkeiten und Getränken aus Harry Potter. Getränke auch. Doch einmal habe ich in den Studios ein Butterbier getrunken. Aber das ist schon ganz lange her. Boah, wie war das? Geil. Das war richtig geil. Ich raste so aus. Ich bin so froh, dass Fantastic Beasts einfach jetzt läuft. Ist egal, wer was sagt. Aber ich finde es einfach gut, dass diese Harry Potter Welt wieder zurück ist. Ich habe es so krank gefühlt, als dann plötzlich Hogwarts da war. Ja, voll. Das war richtig krass. Und vor allem kann man sich mit viel mehr Leuten jetzt unterhalten. Jetzt sind wir nicht mehr nur die einzigen Weirden, die darüber reden, sondern alle reden wieder darüber. Das ist echt cool. Voll geil. Und die ganzen jungen Leute gucken auch Harry Potter nach. Ja, stimmt. Das ist echt gut. Okay, Leute. Hier ist auf jeden Fall die besagte Box. Das ist der offizielle Hogwarts-Style. Ja, anscheinend. Ja, das hat so eine Eule getragen, deswegen mussten die das so ein bisschen verpacken. Ja. Wir machen das einfach mal auf. Ich bin so gespannt allein, wie die Box aussieht. Ja. Gucken wir mal rein. Wow. 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 Magical. Magical. Wow. Immerhin. Immerhin. Das ist schon cool. Es sieht schon nice aus. Voll. Blitze Harry Potter. 100%. Bermans Speciality Gift. Bermans heißt das wahrscheinlich. Die Marke auch noch. Genau. Kennst du davon irgendwas? Nein. Ich habe auch gesehen, es gibt den original Schokofrosch. Okay, hilft halt nicht. Den habe ich da hinten schon. Guck mal. Boah. Warte ich mal kurz. Zeit und Vera sind auch noch drin. Oh stimmt, ja. War der lecker? Ja, die habe ich. Hm. Dieser Schokofrosch, der quasi dem original nachempfunden ist, kostet einfach bei Amazon 30 Euro. Einer. Einer. Ja, das ist echt krass. Die sind echt teuer. Ich glaube ich habe meine in London irgendwann gekauft. Auch in den Studios. Der war aber auch richtig teuer. Echt? Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Wegen der Lizenz wahrscheinlich. Ja Lizenz und die Packung ist so special gemacht. Boah das ist aber schon echt cool. Kelly. Ich erweise dir die Ehre. Du darfst dieses lila Ding da runter ziehen. Uh. Passt aber schon mal sehr gut zu deinem Schal muss man sagen. Stimmt. Kannst du die einfach so da reinstecken in deinen Schal. So oder? Ja genau. So ist gut. Geil. Oh ich bin so gespannt was drin ist. Ich glaube es sind irgendwie vier oder fünf Sachen drin. Soll ich die Nerven zu brauchen. Oh. Oh. Oh die sind nach so alle im gleichen Design die Sachen. Burpee Bobs Bun. Das ist natürlich geil. Das ist echt nice. Hast du die schon mal gegessen? Ne die originalen habe ich nicht gegessen. Ich habe nur diese von Jelly Beans gegessen. Diese Bean Wosses. Genau. Das ist ja immer was anderes. Das ist ja das gleiche Prinzip. Das haben die ja glaube ich auch safe von Harry Potter geklaut. Wahrscheinlich ja. Boah wir haben hier. Uh. Okay. Da stehen schon die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen drauf. Oh ne. Dann haben wir hier den Schokofrosch. Ja. Okay also es sieht nicht ganz so viel aus wie das hier. Der hat so richtige Warzen. Ihhh. Das ist schmackhaft auf jeden Fall. Und warum sind diese ganzen ähm. Die sind irgendwie alle ekelhaft die Süßigkeiten die die da haben. Eigentlich ja ne. Du musst so einem lebendigen Frosch den Kopf abbeißen. Oder die anderen Dinge diese auf englisch heißen die Snapper. Zum Beispiel auch die Lakritzschnecken so. Ja. Im Film die beißen einen auch. Ja voll. Das ist ganz eigenartig. Und diese Bonbons die wo man, meinst du diese Bonbons wo man so Gestalten annimmt. So komische. Ne das sind doch die äh. Dirty Butts Bohnen. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wobei wir fangen erstmal mit der ersten Sache an. Okay. Und dann gucken wir uns äh testen wir uns weiter durch. Das ist ja recht so die schrecklichste einfach glaube ich. Boah danach schmeckt wahrscheinlich nichts mehr wenn wir jetzt kurz erwischen oder? Also. Na es wird schon okay sein. Okay. Schauen wir uns mal an was es für Geschmacksrichtung gibt. Wir haben Ohrenschmalz, Regenwurm, Dreck. Hä? Gibt es auch was Gutes? Zimt, Hirsche. Aber Zimt ist auch unangenehm glaube ich. Zimmst du? Ja. Es ist auf jeden Fall wie im Buch es gibt ziemlich eklig und ziemlich leckere Sachen. Ziehen wir beide eine und müssen dann raten was es ist. Oder? Willst du lieber auf Nummer sicher gehen? Ja ne wir... Nein auf gar keinen Fall. Boah die sieht schon direkt nie so aus. Ich nehme an die erste. Bitch. Okay. Meine ist zu grau. Ich weiß nicht. Meine ist grün. Grün könnte halt Kotze und Hopel und alles sein ne? Und Gras oder so. Glaub. Okay nein. Komm wir müssen anschließen. Okay. Meine erste Bertie Gotts Bohne. Ich habe Angst. Meine auch. Boah. Boah ist das egal. Ich habe Pfeffer. So hell. Das ist so eklig. Boah wie macht... Boah. Ich glaube Popel. I get it. Iiiiih. Ja okay bei mir haben sie einfach nur Pfeffer reingemacht. Aber was haben die bei dir reingemacht? Das ist die Frage. Echt gute Frage. Nehmen wir noch eine oder? So eine dunkelgrüne. Boah ich nehme die blaue. Die sieht so aus als könnte ich so richtig geil nach Blaubeere oder so schmecken. Ganz schön. Okay. Wenn du Glück hast. Cheers. Hex Hex. Mmh. Ist das auch eine gute? Ja. Ich habe auch eine gute. Wie macht mir Glück. Ich weiß aber nicht was es ist. Beere oder so ist das bei mir. Weißt du irgendwie nicht. Das schwenkt einfach mal. Das war ja langweilig. Ich glaube ich hatte Apfel oder so. Ich nehme die rote. Ich nehme auch eine rote. Oh. Oh mein ist voll lecker. Das ist meine. Mein ist die Kirsche oder so. Ist das aber eklig? Ja irgendwie ja. Warte ich gut nach. Regenwurm. Kein Wunder dass ich den Geschmack nicht kannte. Iiiiih. Als nächstes Leute haben wir hier den Schokofrosch. Der sieht irgendwie ein bisschen speziell aus. Aber ich meine es ist halt Schokolade. Deshalb sollte das schon klar gehen. Aber man muss ganz kurz festhalten. Es sind jetzt vier Sachen hier drin. Das heißt bei 30 Euro kostet eine Sache 7,50 Euro. Wow. 7,50 Euro für diese Mini-Packung Bohnen. Das war fit. Die gibt es auch in diesem einen Laden. In diesem Elbenwald-Laden. Ich weiß gar nicht wie viel die da kosten. Ich glaube die sind günstiger da. Das kann gut sein. Den gibt es aber auch hier in Köln. Okay dann schauen wir mal rein. Mit Sammelkarten. Ja da sind immer Sammelkarten rum. Das ist echt geil. Oh Gott wen haben wir. Oh not bad. Ey ohne Witz. Rowena Ravenclaw. Hast du auch? Nein. Nicht wirklich. Rowena Ravenclaw. Als auch. So klein ist der. Leute. Ich dachte jetzt. 7,50 Euro. Für diesen Frosch. Der sieht nicht mal so appetitlich aus. Der sieht voll komisch aus. Also ganz ehrlich. Da habe ich in so einer großen Packung. Verschwendung oder? Ja Verschwendung. Dann. Dass die schmecken. Oh. Mh. 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 Ist jetzt nicht die beste Süßigkeit die ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Aber. Ich frage mich ob die echten Schokofösche auch knuspern. Weil da ist so knusperzeugt drin. Vielleicht wollten die so Special Effect machen. Damit es wenigstens ein bisschen. Ja. Ich weiß doch der den ich hatte. Der war einfach nur Schokolade. Massive Schokolade. Mh. Das ist auch ein bisschen langweilig. Lächert. Die haben mich echt verarscht in dem Laden. Okay als nächstes Getränk oder noch eine Süßigkeit? Ich würde die Süßigkeit machen. Ich würde das Getränk. Das ist so ein Highlight ein bisschen. Ja das stimmt. Was haben wir hier als nächstes? Mh. 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 Was ist denn das Pandor auf Deutsch? Jelly Slugs. Gummischnecken. Gummischnecken. Banane, Busterminone, Mandarine, Sauerkirsche, Birno. Ich zeig die euch auch nochmal kurz. Ihr könnt gerne mal kommentieren. Wahrscheinlich sind jetzt wieder Leute übertrieben sauer und sagen, dass wir sofort unsere Harry Potter Sachen ausziehen sollen. Weil wir nicht wissen wie das auf Deutsch heißt. Das sind diese Hardcore Harry Potter Nazis. Die dann so auf jedes Wort, so ja sorry dass ich nicht weiß wie der Hund von Dumbledore als sein Kind war hieß. War beim letzten Mal auch so, als wir das Fils gemacht haben. Auch die Leute so. Seid ja dumm. Du darfst einmal ziehen. Boah die sind ja richtig, na relativ groß. Die sehen eher aus wie Krokodile finde ich. Wie so Schuhe. Die sind auch voll hart. Die sind gar nicht so Gummi. Die sind hart und drinnen so. So sehen die Dinger aus Leute. Mh. 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 Ist lecker. Mh. Ich bin eh nicht so der Gummibärchen Typ. Ich mach mal so Schokolade aber. Mich erinnern die so, kennst du, du kennst bestimmt Haribo Colorado. Mh. Diese Mischung. Und das sind so vor den Lakritz Sachen. Mh. Die die keiner esst. Mh. Diese, diese Ananas und sowas. Ja. Man schmeckt auch bisschen nach Ananas. Mh. Da ist immer Banane aber. Mh Banane. Hä? Da ist einfach nur Grün und Gelb drin. Und da sind so fünf Geschmäcker auf dem. Kas, wir haben da nicht alle ne? Ach vielleicht doch. Ein einziges Orangenes. Doch. Ein einziges Orangenes, ein rotes. Mh. Rot ist gut. Mh. Ich habe auch große. Mh. 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 Diese kleinen Vierecke, die man irgendwie beim Arzt oder sowas bekommen hat. Mh. Weißt du? Die sind kleinen Gummi, ähm. Die so weiß. Die sehen aus wie Kaugummi aber das sind keine Kaugummis. Juna, wie Kaugummis. Weinst du auch? Mh. Original so schmeckt das, ne? Kommen wir zum Finale. Ich bin mir so gespannt was es ist. Du darfst auspacken. Danke. Voll geil. Okay. Hier, was ist es? Golden. Butter-Scotch-Bier. Butter-Bier. Wahrscheinlich, ja. Butter-Bier. Butter-Bier! Geil, die Flasche ist richtig geil. Leute, mir ist gerade aufgefallen, das hat Jana mir schon mal geschenkt. Aber ich weiß nicht mehr, wie es schmeckt. Also das muss man sagen, ist schon wirklich cool gemacht. Ich würde sogar sagen, die ist 7,50 Euro wert. Ja. Leute. Hast du gesehen? Da kam gerade, da kam gerade so. Wow, das riecht geil. Boah, so Vanille-Karamell gemischt irgendwie. Boah. Denk mal an Butter, wenn du daran riechst. Boah. Das riecht mega nach Butter. Es wird dumm. Das riecht mega. Das riecht aber nach geiler Süßer. Das riecht nach Butter beim Backen irgendwie. Stimmt. Stimmt. Okay komm, wir probieren. Krass. Wow. Oha, das ist mega süß. Das ist krass süß. Ist aber auch lecker irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja. Ist das so diese Mischung aus Süß und dieses Bubbles. Also im Abgang schmeckt das ja wirklich einfach nach Butter. Also es ist schon lustig das zu probieren. Das ist so ein Harry Potter-Erlebnis irgendwie. Aber ich würde es jetzt nicht jeden Tag trinken. Muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Also das auf keinen Fall. Das würde jetzt nicht irgendwie so, ich trinke zwar auch keine Cola, aber es würde jetzt nicht so die Cola ersetzen. Nee. Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt mal so die ganze Box anschaut und was für ein Erlebnis wir deswegen hatten, ist schon geil. Es ist, ich finde auch. Also keine Ahnung, wenn man wirklich so diese ganzen Sachen so sieht und feiert und sowas, dann macht es schon Sinn sich das zu holen. Es ist natürlich trotzdem überteuert, muss man eigentlich so sagen. Voll. Also es ist eher so ein Erlebnis als geschmackliches Erlebnis. Man müsste es eher so als Entertainment sehen, statt irgendwie als Gummi. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In jedem Fall würde ich mich sehr bedanken für dieses wunderbare Harry Potter-Erlebnis zusammen mit dir, Kelly. Ja, ich freue mich auch immer wieder, wenn du sagst, so lass ein Harry Potter-Ding drehen. Habt ihr noch mehr coole Harry Potter-Ideen? Schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.